Herzlich willkommen! In diesem Screencast-Video erkläre ich dir, wie du einen eigenen Lernsnack erstellen kannst. Wenn du dich auf der Seite learningsnacks.de eingeloggt hast, kannst du über das Plus-Symbol deinen ersten Lernsnack erstellen. Hierüber kannst du festlegen, welches Vorschaubild für deinen Snack erstellt werden soll. Da klickst du einfach rauf und kannst dann von deiner Festplatte irgendeine Bilddatei auswählen. Hier oben kannst du deinem Snack einen Namen geben und hier siehst du die drei Optionen, die es gibt. Du kannst Text und Fragen einfügen, du kannst Antwortmöglichkeiten einfügen, du kannst Bilder einfügen und du kannst verschiedene Bilder als Antwortmöglichkeiten einfügen. Wir fangen mal an mit einem Textelement. Wenn du hier rauf klickst, kannst du also einen beliebigen Text eingeben, eine Begrüßung, irgendeine Erklärung und natürlich auch eine Frage. Kannst du hier eingeben, kannst über diesen Button noch verschiedene Bilder einfügen und ganz wichtig, du kannst über dieses Element hier, über diesen Klick, über diesen Haken, bei diesem Element Pausieren angeben, dass in deinem Snack, nachdem dieser Text angezeigt wird, eine Pause entsteht und der Nutzer erst auf einen Knopf drücken muss, nämlich auf Weiter klicken, damit das nächste Element angezeigt wird. Das würde ich dir immer empfehlen. Wenn du dann speicherst, hast du deinen ersten Text eingefügt, du siehst das hier in der Vorschau. Hierüber kannst du nun Antwortmöglichkeiten angeben, wenn du in deinem Text irgendwie eine Frage gestellt hast. Auch das ist ganz einfach. Du hast hier verschiedene Antwortmöglichkeiten, kannst hier also Text eingeben, kannst auch noch mehr Antwortmöglichkeiten hier dazufügen. Und ganz wichtig ist, über diesen Haken gibst du an, welche Antwortmöglichkeit dann richtig ist. Man kann immer nur einen Haken, also einen grünen Haken setzen, nur eine Antwort kann richtig sein. Jetzt ist sehr interessant, dass du angeben kannst, was der Nutzer sehen soll, wenn er die richtige Antwort anklickt. Das ist hier, Reaktion bei richtiger Antwort, könntest hier also irgendwie irgendwas schreiben, gut, toll oder was auch immer. Und was ich noch viel wichtiger finde, du kannst hier auch angeben, wenn er etwas Falsches geklickt hat, was dann da erscheinen soll. Hier solltest du also nicht nur schreiben, falsch, sondern du kannst einen Tipp geben, wie der Nutzer dann zur richtigen Antwort kommt. Auch hier würde ich wieder empfehlen, den Haken bei diesem Element Pausieren setzen und über Speichern hast du deine erste Antwortmöglichkeiten hier eingefügt. Du kannst dann Bilder einfügen, einfach hier raufklicken und jetzt kannst du von deiner Festplatte ein Bild auswählen. Und du könntest hier auswählen, kannst verschiedene Bilder nehmen, eine Frage vorher stellen, meinetwegen, auf welchem Bild ist der Eiffelturm zu sehen. Dann hast du hier verschiedene Bilder von Gebäuden, die du hier einfügen kannst und da, wo der Eiffelturm ist, da setzt du den grünen Haken, damit das die richtige Antwort ist. So kannst du also deinen ganzen Lernsnack erstellen. Über diese Option, über dieses Zahnrädchen hier, kannst du dann hier oben ganz wichtig einstellen, ob dieser Snack erstmal nur für dich sichtbar ist, nur für deine Abonnenten oder für alle. Okay, jetzt zeige ich dir nochmal einen fertigen Snack und dann kann es eigentlich auch schon losgehen. Ich habe mich jetzt hier mal in meinen persönlichen Account eingeloggt und du siehst die Snacks, die ich bisher erstellt habe. Wenn ich jetzt mal diesen Snack hier nehme, so funktioniert IV Education, hierüber könnte ich ihn löschen. Hier habe ich die Option, diesen Snack zu teilen. Hier oben wird ein Link ausgegeben, ich könnte den in meine Webseite einbetten oder hier ist auch schon direkt ein fertiger QR-Code zum Download. Über diesen Stift kann ich den Snack jederzeit auch nachträglich bearbeiten. Hier siehst du das Vorschaubild, was ich eingefügt habe. Hier kommt mein Text und nach einer ganz interessanten Option, in ein Textfeld kann ich den Link eines YouTube-Videos eingeben und dieses YouTube-Video wird dann direkt in meinem Snack angezeigt. Hier siehst du also wieder Text und verschiedene Antwortmöglichkeiten. Und an der Stelle wollte ich dir noch zeigen, dass man also verschiedene Bilder als Antwortmöglichkeiten nehmen kann. Hier ist die Frage, welches dieser Symbole führt auf IV-Arbeitsblättern zu einem Lernvideo. Und das sind die beiden Bilder, die ich angegeben habe und dieses Bild ist die richtige Antwort. Wenn du deinen Snack immer schon mal zur Probe spielen möchtest, dann musst du diesen Dialog hier schließen über das X. Dann kommst du wieder zu deinen Snacks und ein Klick in das Titelbild erzeugt dann, dass du den Snack einmal spielen kannst. Also hier kommt meine Einleitung, da muss ich auf Weiterklicken, das war die Pause. Und hier siehst du meinen Text, den ich eingegeben habe und hier wird im Bild auch sofort mein Video angezeigt, das ich hier über den YouTube-Link eingefügt habe. Okay, du solltest jetzt also fit sein, deinen ersten eigenen Lernsnack zu erstellen. Ich wünsche dir viel Spaß, viel Erfolg und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Vielen Dank!